Verzüchte! fahr weiter ich halte sie auf! Ja, nein, 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 ich fahre einfach weiter. Okay, ich bockte. So nerven die uns nicht. Die werden in den Felsen kommen. Alle weiter. Ah, nein, nicht alle weiter. Aber die werden sich gegenseitig hören. Nein! Ist die Knaz schon richtig? Ist unsere Decke voll? Guck mal zurück. Ich guck mal eben schnell fix, ob ich in G-Sword was finde. Oh, es ist nachts. Warte, ich muss mich wieder von den Kanonen abhalten. Nein! Nein! Die Knaz lädt das immer so lange. Das tut das nicht gut. Das tut das nicht gut. Ich bin da. Ich repariere, du fährst. Ich fahr wieder auf sie zu. Wir sind fast am sinken. Geh mal eben schnell aufmachen. Ich kann die anderen Schürze, by the way, aussehen. Wie, das sind doch zwei? Etwas weiter geradeaus. Okay. Ich muss bloß ein bisschen drehen. Ich sehe an Reapers Bounty, glaub ich.